Mein Name ist Thorsten Ludwig von Soulrunner Barfußschuhen. Kennt ihr das nicht auch? Barfuß laufen ist hier gesund, aber auf diesem Schotterweg oder auf einer Klee-Wiese, wo sich ganz leicht mal Wespen verstecken können, das macht nun wirklich keinen Spaß. Aber dafür gibt es die richtigen Barfußschuhen. Mit meinen Soulrunner Schuhen an den Füßen fühle ich mich doch nun wesentlich geschützter als Barfuß vorhin auf dem Schotter. Auch über diese Wiesen zu laufen, wo sich die eine oder andere Wespe auf dem Klee versteckt, da brauche ich jetzt keine Angst mehr zu haben. Grund dafür ist diese dünne Sohle. Nur ungefähr 1,5 mm lassen mich fast den Boden naturgetreu spüren. Ich sehe meinen eigenen Fußabdruck durch die Sohle hindurch. Das soll erstmal ein anderer Schuh nachmachen. Und durch das geringe Packmaß und die Leichtigkeit der Schuhe habe ich die Schuhe schnell mit im Koffer und kann sie anziehen, wenn ich sie benötige. Soulrunner Schuhe lässt dich geschützt barfuß laufen.